Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, liebe interessierte Gäste, zum sechsten Mal feiert Die Linke hier am Rosa-Luxemburg-Platz ihr Fest der Linken. Es gibt ein tolles Angebot. Wir haben für den 19. und 20. September ein schönes Programm zusammengestellt, eine bunte Mischung aus Kunst und Kultur, Politik und Persönlichen. Auch kulinarisch bietet das Fest einiges und ich möchte sagen, dass es für Kinder bestens gesorgt ist. Es gibt einen bunten Jahrmarktspaß, es gibt einen Ponyhof, es gibt jede Menge interessante Persönlichkeiten, Schriftstellerinnen, Künstler, Musiker. Gregor Gysi, Bernd Rixinger, ich und weitere Politikerinnen und Politiker der Linken würden uns sehr freuen, wenn auch sie, wenn auch ihr am 19. Abend oder am 20. September tagsüber vorbeikommt, um mit uns gemeinsam zu diskutieren und zu feiern.